Es ist eine Tragödie. Jetzt haben wir kein Paar für unsere heutige Sendung. Sie haben drei Stunden, um ein Neues zu finden, oder Sie sind gefeuert. Oh, das war nur ein kleiner Scherz. Nein, war's nicht. Im Ernst, Jackie, vergessen Sie das mit dem Rauswurf. Christine St. Georges Büro? Es war doch kein Scherz. Psst, Jackie, kommen Sie her. Oh, was wollen Sie denn? Ich wollte nur sagen, keine Sorge, das kommt schon wieder in Ordnung mit Ihnen und Christine. Oh, vielen Dank. Christine St. Georges Büro? Sie werden gefeuert, Sie werden gefeuert. Hahaha! Ha, 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 ha!